GameStars, die besten PC- und Konsolenspiele des Jahres. GameStars, der größte Publikumspreis der Spielebranche. GameStars, rund eine Million Teilnehmer seit 1999. GameStars! Ja, das wissen wir doch jetzt. Ja, ja, aber die wissen es ja vielleicht noch nicht. Da hast du auch wieder recht. Denn ihr seid natürlich die Wichtigsten bei dieser Veranstaltung. Wie in jedem Jahr wählt ihr aus insgesamt 16 Kategorien euer Spiel des Jahres. Vom spannendsten Sportspiel über die Multiplayer-Hits bis hin zu Rollenspielen oder Ego-Shootern. Und das Highlight wird dann natürlich die Wahl zum Spiel des Jahres 2011. Und zwar für den PC und die Konsole. Wie in jedem Jahr stellen wir auch diesmal alle Spiele vor, die GameStar und GamePro im Jahr 2011 getestet haben. Auf GameStar.de und GamePro.de gibt es alle zwei Tage eine neue Kategorie. Und da wählt ihr euren Favoriten raus. Aber lasst euch dabei nicht allzu viel Zeit, denn auch die Abstimmung läuft nur zwei Tage. Dann gibt es gleich den Gewinner. Und Preise. Und zwar nicht nur für die Spieleentwickler, sondern auch für euch. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen High-End-PC im Wert von 1500 Euro oder einen richtig großen, richtig flachen 3D-Fernseher. Freut euch außerdem auf Tagespreise. Damit nicht genug. Denn wir geben euch jetzt die Gelegenheit, euren Lieblingsentwicklern endlich mal sagen zu können, warum ihr Spiel das beste des Jahres ist. Postet dafür einfach unter dieses Video auf YouTube eine Videoantwort und sprecht in die Kamera, warum zum Beispiel Battlefield 3 nach eurer Meinung das beste Spiel der Welt ist. Das Ergebnis könnte zum Beispiel so aussehen. Skyrim? 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 Die coolsten Einsendungen werden aber nicht nur mit Sonderpreisen belohnt. Wir bauen eure besten Statements in die Gewinnervideos ein. Also ran an die Webcams. Wir freuen uns auf viele Einsendungen. Denn nicht vergessen, ihr seid die GameStars. Skyrim? 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 Vielen Dank.